Ein wunderschönes Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin's, der Lukas aus dem Team Thomas Loch. Und in dem heutigen YouTube-Video bekommst du mal ein bisschen was Neues zur Radiusköpfchenfraktur. Sowas, was wir in der Art jetzt noch nicht wirklich gebracht haben. Aber es wird dich auf jeden Fall weiterbringen, weil es dann, ich sag mal, fast sogar nochmal ein Gamechanger ist bei der Fraktur. Wenn du vor allem Verspannungen hast, Schmerzen hast, deine Ellbogen nicht durchstrecken kannst, nicht rotieren kannst oder sonst irgendwas. Und wenn du wissen willst, was es ist, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Wie du schon siehst, was wir heute brauchen, wird so eine Art Faszienrolle sein. Wenn du sowas nicht hast, überhaupt kein Problem, dann kauf sie dir. Ja, also ich sag mal so wie es ist, so eine Faszienrolle, die kostet sich vielleicht 20 Euro, 15, 20 Euro. Je nachdem, was für einen Hersteller du hast. Und wird eine Investition auf jeden Fall wert sein, weil wenn du sie häufig benutzt, wirst du weniger Schmerzen der Fraktur haben. Und du wirst deine Beweglichkeit deutlich steigern können. Und ich meine, was sind dann schon 20 Euro? Ja, es gibt die in unterschiedlichen Härtegraden. Schau, dass du eine nimmst, die nicht bockhart ist, sondern schau, dass du eine hast, die vielleicht ein bisschen Widerstand nachgibt. Also sozusagen, wenn du ein bisschen reindrückst, dass du auch ein bisschen die Faszienrolle reindrücken kannst. Und dann legen wir auch gleich mit der Übung los. Wenn du das jetzt natürlich nicht parat hast, dann kannst du natürlich auch gewisse andere Sachen nutzen. Also ja, eine Wasserflasche würde auch funktionieren, ist zwar meiner Ansicht nach ein Ticken hart. Aber wenn du sagst, hey, okay, jetzt als Übergang machst du das so, dann mach so. Sonst würde ich dir echt raten, kauf dir eine Faszienrolle und auch einen Faszienball. Gut, was du brauchst, du brauchst eine leichte Erhöhung. Das kann jetzt ein Couchtisch sein, das kann jetzt ein normaler Tisch sein. Das kann jetzt hier so eine Bank sein, wie ich die habe. Eigentlich ist es vollkommen egal. Du kannst auch am Boden machen, theoretisch. Aber ich finde, mit einer Erhöhung ist es doch meistens ein bisschen einfacher. Und gehen wir jetzt mal davon aus, die Fraktur ist jetzt am linken Arm. Dann darfst du jetzt mal deinen Arm auf diese Faszienrolle legen und mal durchstrecken. Also auch die Übung ist jetzt vielleicht für Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Und es gibt jetzt auch mehrere Varianten, die du da umsetzen kannst. Sagen wir mal, du bist kompletter Anfänger. Also es gibt auch für Anfänger. Dann lässt du deinen Daumen oben. So, und ich merke das jetzt schon. Ich habe da jetzt auch einen Muskelkater, ich habe gestern ein bisschen Trizeps trainiert. Aber das soll mich jetzt nicht daran hindern, euch die Übungen zu zeigen. Du darfst jetzt mal sanft, also die Faszienrolle liegt auf dem Trizeps. Das merkt man auch meistens schon. Und dann darfst du jetzt mal die erstmal so halten. Daumen zeigt nach oben und jetzt erstmal nur halten. Und du darfst mal ein bisschen schauen, okay, kannst jetzt mittel reinfühlen. Drückst du mal so ein bisschen, du musst dich die Hand gar nicht nehmen, aber kannst du als Hilfestellung nehmen. Oder auch lehnst dich mal so ein bisschen auf die Faszienrolle drauf. Das zwickt jetzt natürlich auch bei mir. Zieht fast bis vorne in die Fingerspitze schon rein. Und das liegt jetzt entweder daran, weil ich entweder ein bisschen verspannt bin oder weil ich eine Muskelkater habe. Wenn das bei dir zieht, liegt es wahrscheinlich aber daran, dass du eine Fraktur hattest. Und jetzt darfst du mal folgendes machen. A, es gibt zwei Varianten, was du mal machst. Und du darfst mal langsam, vorsichtig dich reindrehen, also nach außen. Druck bleibt aber drauf. Und dann darfst du mal wieder schön nach außen drehen. Und das tut richtig weh. Also wenn du das jetzt noch nicht, also du kannst natürlich sein, dass du jetzt erstmal nur so weit kommst von der Bewegung her. Oder dass du es fast gar nicht bewegen kannst. Vollkommen okay. Ich habe schon alles gesehen bei der Fraktur. Schau mal, dass du so weit immer kommst, wie du schaffst. Also dann richtig hier rein. Drück es richtig rein. Kannst auch mal ein bisschen die Position verändern. Rutsch mal ein bisschen nach vorne. Und mach das mal wieder komplett. Also reindrehen. Rausdrehen. Reindrehen. Ja, drücken. Und dann drück richtig dagegen. Drück richtig den Trizeps dagegen. Und rausdrehen. Ja, das zwickt jetzt richtig. Das ist auch vollkommen okay. Und das machst du mal wirklich so drei, vier Minuten am Stück. Und dann merkst du schon im besten Fall, oh schön, im Ellenbogen ist weniger Druck drin. Ja, du kannst es besser bewegen. Da knirscht nicht mehr so viel. Wunderbar. Dann hast du schon viel erreicht. Und wenn du das dann wirklich täglich machst, dann wirst du auch ziemlich weit kommen. Ist jetzt eine Übung, die du einbauen kannst und dein Plan würde ich nach dem Krafttraining machen. Also wenn du Krafttraining gemacht hast oder Koordinationstraining, dann das zum Schluss, ein bisschen zum Auflockern und Durchlockern. Die kannst du täglich machen, wie ich schon gesagt habe, die Übung. Also baue sie wirklich mal täglich ein. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Minuten. Solange wie du sagst, hey, das tut dir gut. Und mach es auch wirklich. Weil wir erleben dann doch immer meistens, dass die Leute entweder zu wenig gemacht haben, gar nichts gemacht haben. Und sich im Nachhinein wundern, hey, warum kann ich meinen Ellenbogen nicht mehr durchstrecken? Ja, weil der Ellenbogen halt dann einfach schon versteift ist. Und das verstehen die meisten leider nicht, dass du dauerhaft Probleme kriegen wirst, wenn du nichts tust. Das ist natürlich klar. Kann man jetzt sagen, naja, die Ärzte haben gesagt, ich muss jetzt zwei Monate, drei Monate in den Gips tragen und darf nichts machen, nichts bewegen. Und das ist genau der Fehler. Also du musst bewegen. Eine Stagnation der Bewegung im Ellenbogen nach einer Fraktur oder sonst irgendwas in dieser Art und Weise führt zu dauerhafter Bewegungseinschränkungen. Also allerhöchstens eine Woche nicht bewegen. Dann sollte die Heilung schon gut vorangehen. Und dann musst du unbedingt Physiotherapie machen. Also such dir nach deiner Fraktur jemanden, der sich auskennt, Physiotherapie mäßig, der dir da weiterhilft, damit du dann nicht dauerhaft Probleme bekommst. Weil wir erleben es ja hier live im Studio auch. Wir haben ja Leute, die herkommen, zwecks einer Radiuskopffraktur. Also wir machen nicht nur online, sondern wenn du in der Nähe natürlich bist, kannst du auch gerne herkommen. Und dann gab es auch schon Fälle, wo halt dann die maximale Bewegung im Ellenbogen das hier war. Und da geht nicht mehr, das war's. Finito. Nada. Also wenn du da zu lange wartest und nichts tust, dann wirst du dauerhaft Probleme kriegen. Aber genug vom Appell. Wenn du das nicht möchtest, dann verabrede doch gerne mit uns hier persönlich auf einen Kaffee, auf einen Tee, auf ein Glas Wasser. Oder online per Zoom. Und wir gucken uns das gemeinsam an, schauen, dass wir dir die beste Lösung für dich finden. Dich individuell beraten. Oder wenn du sagst, hey, nee, du willst gleich durchstarten, geh in die Beschreibung rein. Unser Online-Radiuskopffraktur-Masterplan wird dich auf jeden Fall weit bringen. Ist zu einem Zeitpunkt dieses Videos, wenn es rauskommt, wahrscheinlich noch im Angebot für 99 Euro. Danach wird da auf jeden Fall hochgehen vom Preis her. Du kriegst viel, viel, viel Input. Ist noch ein Einführungspreis. Und wenn du den nicht machst, dann verstehe ich es nicht. Dann ist es dir vielleicht nicht wichtig genug. Ich weiß es nicht. Aber den kann ich dir jetzt auf jeden Fall ans Herz legen. Viel Herzblut steckt da drin. Mach den. Du wirst auf jeden Fall weiterkommen. Und du wirst es nicht bereuen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich gerne wissen. Schreib was Schönes in die Kommentare. Kritik, Feedback, sonst irgendwas. Gerne reinschreiben. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr von diesen Videos sehen möchtest, lass es uns wissen mit einem Like. Ansonsten, ja, abonniere unseren Kanal. Dann verpasst du keine Videos mehr, egal zu welchem Thema. Also wir gucken, dass wir so weit gefächert sind wie möglich. Und wenn du Fragen hast zu irgendeinem Thema, schreib es gerne in die Kommentare. Wir schauen, dass wir ein Video dazu machen. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. Dein Lukas. Dein Lukas. Dein Lukas. Dein Lukas. Dein Lukas. Vielen Dank.